Warum Medizin oft in die Endstation Schmerzpatient führt, wie dieser Mechanismus immer wieder abläuft und was man dagegen machen kann in diesem Video. Der Schmerzpatient, der Endgegner. Wenn irgendwann einmal nichts mehr hilft, haben Menschen dann sehr viel Verzweiflung und laufen dann durch die Gegend wie aufgescheuchte Hähner, um irgendeine Lösung zu kriegen. Wenn man das natürlich eine gewisse Zeit macht und relativ lange in diesem Club der Messermänner, das sind die, die bei uns ausgebildet worden sind an der Uni, zu viel Zeit verbringt, wird das meistens sehr übergriffig, sehr eingriffig und am Ende ziemlich beschissen. Das klingt jetzt sehr schlimm, nur anhand von einem Beispiel kann man das gut darstellen, um den Mechanismus zu erkennen. Da jetzt eingeblendet ist so ein Endzeitbefund. Das ist so das ultimative Game Over. Mit dem Befund wird dann Patienten Angst gemacht und sie werden dann in eine Richtung manipuliert, um gewissen Dingen zuzustimmen, die eventuell nichts bringen, außer eventuell irgendwem richtig. Die Kohle. Um zu verstehen, mit was man arbeiten sollte in dem System als Therapeut, ist der Befund auch perfekt. Wie immer Verdacht hätte, hätte Fahrradkette. Beurteilung. Eingeschränkt, erschwert auswertbare Untersuchungen, weil oben steht drinnen, dass er sich bewegt hat. Das heißt, das Foto ist irgendwie voll scheiße und nicht wirklich was zum Sägen. Aber ist okay, abgerechnet und zugeschickt. Sollen wir da ein neues machen, schicken wir da eine neue Zuweisung. Und um zu verstehen, wie da umeinander gearbeitet wird und wie scheißegal alles ist. Bei Zustand nach Wiederherstellung der Rotatorenmanschette, ja, das wissen wir, dass er bereits eine Schulter-OP gehabt hat. Er ist ein großer Fan von Schulter-Operationen, obwohl es ihm nichts bringen. Verdacht auf Reruptur der Supraspinatus-Szene, Verdacht auf, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also deswegen, den wir ihn hingeschickt haben, wissen wir da nicht wirklich was. Ja, ist egal. Das heißt, Infraspinatus-Szene, Subskapulare-Szene, Alters entsprechend intakt. Das ist jetzt so Game Over, was abgerissen, alles anreingerissen. Sie sind über 8, eigentlich mit der derzeitigen Medizin, was er bereits auch die letzten 10 Jahre genossen hat, ist jetzt die nächste Stufe, weiße Fliesen mit einem Gulli und einer Schrotflinten, aufgesetzt am Hinterkopf. Das ist, mehr haben die jetzt nicht mehr, weil die können ihn jetzt nicht mehr operieren, das haben sie schon gemacht, die können ihm nur ein paar Zuckerleine drucken, aber mit dem Alter wird die halt dann auch irgendwann das System kippen und so wird er halt dann irgendwann weitergeschickt. Kommt dann zu mir. Lasst sie aber von mir nicht weiterschicken, weil entweder der kommt freiwillig, weil er was ändern will, oder er soll es bleiben lassen. Wenn wir dann natürlich anfangen, muss man den Menschen zuerst einmal auf einen gewissen Wissensstand bringen, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, mitzuarbeiten. Da jetzt eingeblendet der Knochenmann. Knochenmann kriegt dann noch Muskeln drauf und zeigt uns seine Schulter. Wenn man da jetzt den Delta-Muskel ausblendet, komplett, und den Trapezmuskel ausblendet, kriegt man von oben Blick in die Schulter, also am Ohr vorbei zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt. Und da ist dieser Supraspinatus, dieser Muskel, der ja da abgerissen ist. Der ist weg, der ist game over. Den kannst du knicken. Mit dem brauchst du dir einen Rechner, den musst du abschließen. So, was tue ich jetzt? Jetzt fehlt der Muskel. Dann sind da hinten noch Infraspinatus, der ist okay, und der ist mal, ja, passt auch alles. Ja, alles okay. Was tue ich jetzt, wenn ich den Muskel nicht mehr habe? Genau. Ich muss einmal wissen, wie dieser Muskel überhaupt funktioniert. Da jetzt eingeblendet ist die Bewegung, die der macht, das ist dieses Schulterabspreizen und man sieht jetzt unter diesen ganzen Muskelschichten, die zuerst ausgeblendet worden sind, die Bewegung. Also, Rückschluss, der Muskel kann nicht so wichtig sein, weil die Bewegung läuft mit anderen Muskeln. Und da kommt jetzt der Trick. Man muss natürlich verstehen, wie diese Sachen ausschauen. Man muss diesen Menschen auf diesen Stand bringen und ihm die Mechanik erklären, dass er mitgehen kann. Und dann zeige ich ihm natürlich die Optionen, dass das besser wird. Man macht dann mit ein paar Handgriffen, ein paar Muskelgruppen sofort locker und es fängt sofort zum Laufen an. Weil diese ganzen Unfallchirurgen da in einer kruden Welt, in der sie da leben, immer wieder den selben Denkfehler machen und halt auch nicht wirklich dazulernen. Weil der Knochenmann, bereits aus dem Bandscheibenvideo bekannt, hat den selben Mechanismus bei seinem Schulterproblem wie bei seinem Rückenproblem. Da Knochenmann mit Schwerkraft wieder, wie immer und die Schrägstellung der Aufrichtung, des Point of Balance. Point of Balance heißt das jetzt, das ist jetzt neu, das habe ich jetzt erfunden, weil ich erfinde jetzt auch mal was. Das alles gibt es dann als richtig geilen Videokurs, wo ich alles aufnehme und alles sage, was ich immer in meinen Behandlungen sage, um das dann daheim selber zu machen und wer daran interessiert ist, auf der Homepage über das Kontaktformular für den Newsletter anmelden und dann kriegt man frühzeitig natürlich Informationen und wer früher kommt, mal zuerst, kriegt natürlich einen gewissen Bonus. Dieser Point of Balance ist die Aufrichtung. Wenn ich jetzt wieder nach hinten gehe und das nach unten kippe, fällt dir diese ganze Wirbelsäule nach hinten. Jetzt muss ich da einer knicken und wenn ich jetzt diese Bewegung einmal nachmache und das mache, sehe ich, dass ich da in dem Bereich maximal kollabiere und dann diese Sehne unter diesem Schulterdach wieder voll klemmen. Und das ist wurscht, wie oft er was ausserschleift und wie oft er da einbohrt. Das wird nicht aufhören, weil der Mechanismus einfach fehlerhaft ist. Und dann muss der natürlich abstellen. Das wird ihm erklärt, man drückt dann drauf, der hat sich ja nach der ersten Behandlung gleich wieder die Hosen aufwizieren können. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, weil einfach auch das MAD von der Halswebe sein, der Verlauf einfach schlecht ist. Und man muss halt schauen, ob man mit den letzten paar Ressourcen in dem Fall noch was retten kann. Nur das ist immer das Ende. Und das ist das, was ich immer den Leuten erkläre, die dann mit 50 kommen, mit 45 kommen, dass dieser Moment irgendwann kommen wird, wo dann in einem Alter von über 80 Jahren natürlich dann die Pflegebedürftigkeit auch im Raum steht. Weil wenn ich mich selber versorgen kann und mein Partner in dem selben Alter das auch nicht kann, dann bin ich fällig. Und so schaukelt sich über die Orthopädie, wenn man die Punkte verbindet, das Pflegeproblem auf. Weil das Kollektiv in der Masse mit seiner Gesundheit halt sehr vorlässig umgeht und ist natürlich dann auch delegiert an diese besessenen Psychopathen. Gibt natürlich immer die Unschuldsermutung, das sind alles Heilige. Das sind wirklich richtig geil. Nur um das zu verstehen, wie weit Gesundheit reicht und wie man solche Sachen einfach präventiv machen kann. Das ist auch der Inhalt, warum ich das mache. Weil das alles nachbehandeln, da kannst du dich dumm und deppert verdienen. Nur so wie der, der war vor zehn Jahren schon da und was soll ich ihm jetzt zehn Jahre später sagen? Außer, dass ich gesagt habe, ich weiß es. Ich habe es gewusst. Ich kann nur sagen, okay, anhand von dem kann man lernen und kann Menschen wieder erklären, dass diese Systeme strukturiert in sich kollabieren, mit einem strukturierten Mechanismus zum Aufrichten sind und natürlich dann mit Eigenverantwortung zu verändern. Die wollen dann alle immer Übungen und ich habe keine Übung. Es gibt keine Übung. In dem System gibt es ein Task, eine Aufgabe. Weil du kannst dein Leben nicht üben, du kannst dein Leben nur leben. Und wenn ich will, dass mein Kadaver leistet, dann muss ich ihn halt auch dementsprechend versorgen. Und das sind halt so die Grundsätze der Gesundheit. Da brauche ich keine Medizin. Und jetzt mal, wenn ich da eine Medizin reinhole, eskaliert das und es geht drunter und drüber, bis halt dann einer vor diesem Kadaver steht und versuchen muss, die letzten Ressourcen von Gesundheit in diesem System zu finden zu finden und damit diese komisch erfundene, selber hervorgerufene Krankheit zu kompensieren. Wie du siehst, ist das Gesundheitsrisiko Medizin allgegenwärtig. Die eigene Verantwortung dafür zu übernehmen, die Lösung, der Ausstieg und man muss es ja nicht immer so weit kommen lassen, dass da irgendwann einer sagt, nach deinen Befunden, dass auch die Fliesen zum Tachiersten ist. Alles Gute für euch.